hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ich weiß nicht weiß ich nicht was das überlegt mir gerade noch aber hier auf diesem server auf minecraft ich weiß gar nicht mehr wie der server hier heißt habe ich sogar vergessen meinplex genau da habe ich immer minecraft bilder und auch mal smash mobs gespielt aber ich wollte jetzt mal tatsächlich gucken wie das letzte mal was man denn noch so hier hat haben wir draw my thing ist auch ganz interessant mine strike der mine strike pass mal auf wir machen das jetzt so ich mir jetzt kurzfristig überlegt wir spielen jetzt zwei spiele haben wir mindstrike ich weiß was das ist was da passiert wir werden sehen make sure you accept the resource pack ja ok was auch immer select team mindstrike starting in ok ja komm wenn ich jetzt rausgeworfen ja also ich wurde jetzt rausgeworfen weil ich nicht dass dinge paket habe das richtige aber ich habe jetzt auch keine lust mir hier irgendwas runter zu laden dafür dass nee komm ich könnte mal ok wir versuchen mal snake vielleicht bei jetzt mal gucken was snake ist also snake kennen ja viele hier aus dem handy spiel das ist das ja aber es geht ja nicht voran oder und es passiert nichts nee es passiert gar nichts oh was ist das oh was ist das nee das ist gaming man kann jetzt nicht snake spielen nee geht nicht ist Pech pass auf ja dann äh geht das nicht das nicht ähm ja was gibt es denn hier noch runner hört sich interessant an guck mal ob das geht ja das geht tatsächlich so runner waiting for players ok dann spielen wir jetzt runners ich weiß nicht was das ist äh äh ja ich weiß nicht was man macht ich hab mal so ich hab mal ich hab ein fehl runner könnte sein dass man da irgendwie läuft wegen runner halt ist logisch ne äh so was ähnliches habe ich mal auf einem anderen server gespielt dessen Namen mir auch nicht mal ein fest da war auch so was ähnliches mit einem wettrennen da musste man über war so mehr so ein jump and run wettrennen aber das war ziemlich cool hat ziemlich bock gemacht ähm wärt ziemlich nice wenn die das hier hätten denn wenn das das hier sogar ist das wäre ziemlich geil aber wie ihr seht sind hier nur aktuell zwei spieler ich und der andere typ hier im Weihnachtsmannkostüm der dessen skin hart kacke aussieht muss ich jetzt mal sagen karl du creeper two rewards to claim ok was ist keine ahnung was muss ich machen äh ja ich verstehe jetzt ich kann es hier ja gut da ich jetzt aber auch nicht eure Zeit mit äh elendem Warten verbringen möchte gehen wir halt wieder raus ja na super ok schade gut dann machen wir es jetzt ganz einfach da irgendwie nicht so richtig klappen scheint naja was geht denn ab ok dafür braucht man ja dann habe ich nur die hier rifle kit dafür braucht man 2000 gems 5000 und ein achievement kit äh was muss ich machen super paintball ah muss man die werfen oder was ach das ist so eine kanone lol ok ist ja voll awesome alter ok das finde ich gut finde ich geil komm hier herkommt irgendeiner ja da habe ich schon einer einen habe ich schon komm noch einer ach der ist weg haha ich mach die wir machen die ja alle platt äh, mein Gott, was ist das für Luschen hier? Geht ja gar nicht. Mein Gott, das sind die alle... Da schinst alle down. Oder muss man die noch weiter triezen hier? Ne, geht nicht mehr. Ah! Ah, muss man das hier so einfärben, oder was? Das kann auch sein, das äh... Wo? Ah, komm schon. Ja! Gewonnen. Finde ich gut. Oh, 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 ich hab nur 8, irgendwie 8 Punkte. Aber macht nichts, das hat voll Bock gemacht, ey, geil. Geil, das ist gut gemacht, ey. Kommt noch eine Runde? Ja, komm, auf jeden Fall noch eine Runde. Das muss noch eine Runde geben. Und danach spielen wir noch was anderes, wenn ich noch was finde. Aber das ist so ein geiles Spiel, Paintball, muss ich sagen. Game Loot, you find 8 Pearls. Ah, okay. Ähm, ja, ne, ist ausgeglichen. Welches Team bin ich denn? Komm, hier. Ach, ich bin schon in Team Frost. Okay. Ähm. Ja, das ist schon mal ein geiles Spiel. Macht Bock, ey, das find ich geil. Aber ich dachte jetzt erst, äh, weil ich halt auf den Boden schießen musste, oder der Boden sich verändert hat, dass das vielleicht so ähnlich ist wie, äh, Splatoon. Nun, das ist ja jetzt, äh, auch nicht ganz alter Spiel. Die letzte, die letzte Jahr, äh, in den letzten Monaten irgendwann rauskommen. Und da geht's ja auch so um Farbschlachten und so, aber, ähm, das ist halt, oh, ich bin hier im Rot. Okay. Oh, gut. Ist okay. Ist okay. Und auf geht's. Juhu. Kann man da unten. Ja, fuck off. Komm, wir machen die blauen jetzt jetzt schon mal ein paar schießen. Ach, das sind so Enderperlen. Boah, guck mal, Alter, wie ich sie alle wegnatze. Boah, wie ich sie alle weg, wegnatze, Alter. Ja, komm, das muss hart Punkte geben. Was ist denn das hier? Warum bin ich immer noch ein Letzter? Was hab ich denn gemacht? Ich hab, ich hab den da voll die Punkte abgezogen. Das können doch nicht sein. Was ist denn das? Ey, was ist denn das? Ich hab hier voll die, äh, Punkte gemacht. Ich mein. Ich hab hier sechs. 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 Komm, noch einer. Ey, guck mal, wie viel ich, äh, umgefärbt hab. Warum bin ich denn immer noch hier? Äh, der vorletzter. Vierter. Was ist das denn? Das ist uncool, Alter. Oder, beziehungsweise, wow. Was? Lol. Ah, okay. Ah, boah. Ich bin so dumm. Jetzt schenke ich das erst. Also, die spawnen immer neu. Ja, natürlich spawnen die neue. Ari, du vollidiot. Jetzt bin ich komplett raus, oder was? Ich muss erst mal ein neues spawnen. Ja. Hm. Ja, okay, scheiße. Ja. Und da hat sich meine eigene Inkompetenz wieder breit gemacht, ja? Echt voll idiotischer Sack. Erst mal komplett denken. Man könnte hier alles beherrschen. Ne, dingste, Alter, dingste. So ist das halt nicht so, ne? Aber das macht nix. So, ich bin zufrieden mit mir selber. Und, äh, ja, das, äh, muss ich ehrlich sagen. Oh. Painted by Katia. Ich kann ja mal gucken. Find ich denn irgendwo Katia, oder sind die alle weg? Ah, da ist er, oder? Ne, hier, doch, das ist er, Katia. Du Sack. Na, ich weiß nicht, wie viele Punkte ich jetzt gemacht habe, oder was der, äh, so, ab, ab geht. Oh. Mein. Gott. Boah, wie konnte ich das jetzt schon wieder nicht bemerken? Hier an der Seite, wo dieses Mindplex steht, da steht Chelsea Curtis 1, ist noch übrig. Und von uns ist Give me my, give me my fries übrig. Und dass ich da sowas nicht bemerke, sehe ich es jetzt. Komm, so. Wenn das vorbei ist, auf jeden Fall noch eine Abschlussrunde. Weil das Spiel macht Bock. Das finde ich geil. Das macht mir Spaß. Ob es euch Spaß macht, weiß ich nicht. Nee, der won the game. Aber warum ist denn der jetzt? Der ist womit nicht einfach dazugekommen, ne? Neu. Wie läuft das hier? Eine Runde muss ich noch spielen. Weil, ähm, ich mal, äh, schauen wollte, wie das hier noch, äh, weitergeht. Äh, um noch mehr rauszufinden, wie das Spiel läuft. Weil, äh, spawnt man, kommt, spawnt man nochmal neu? Oder muss man, geht in dieser einen Runde einfach darum, den kompletten, äh, in diesem Fall jetzt gewesen, blauen Block auszuradieren? Weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht. Weil, der war plötzlich bei uns, war der ja ein Neuer. Und weiß ich ja jetzt nicht, ob das, ähm, einfach nur einer war, der dazugekommen ist. Allerdings hatte der 14 Punkte. Ja? Und, ähm, warum hatte der jetzt plötzlich 14 Punkte? Ich weiß nicht, ich meine, wenn man neu dazukommt, ich, ich hab meistens 0. Und so gut ich auch bin, oder so viele ich auch tatsächlich platt mache, nehm ich mal an, dass ich das bin, die die platt macht, oder, oder bin ich jetzt komplett auf der dummen Seite, oder was geht ab? Ähm, okay. Ich weiß ja nicht, wie das abläuft, und, ah, hinten kommt einer in die Ecke. Und ich bin raus. Ach, das macht doch keinen Schaden, was, das macht doch keinen Bock, komm mal. Kann man den Schaden hier oben aus noch irgendwas machen? Ne. Du bist komplett raus. Super. Und ich bin wieder raus. Super. Geil. Ja. Da spawnt man neu und was ist. Also man spawnt neu. Ich weiß aber nicht, wie oft. Und, ähm. Oder ist das da unten, diese zwei Leben? Das würde ja heißen, dass es nur eine bestimmte Zeit ist, oder? Oh, äh. Alter, Alter. Komm, Alter. Fuck you, ganz ehrlich, ja. Ich bin schon wieder gestorben, ey. Ich, ja, netter One-Ned-Game ist mir egal, Alter. Ah, naja, komm. War jetzt unnetter Superding. Aber, äh. Naja, okay. So, dann hoffe ich, dass es euch das ein bisschen Spaß gemacht hat, ja. Also, mir hat das Spaß irgendwie nach drei Runden, äh, doch tatsächlich, äh, war doch nicht mehr so schön. Muss ich sagen. Aber gut. War ein interessantes Spiel. Mal eine, mal eine weitere Seite von diesem Heimpleich-Server. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Denn morgen gibt es eine Überraschung, dass eins, äh, doch, doch, würde ich schon sagen, eins der bisher größten Spiel, die wir auf unserem Kanal hochladen werden. Und, äh, was dann ist, das lasse ich mal überraschen. Und dann, äh, hoffe ich, dass wir uns, äh, ab Mittwoch wieder sehen. Und, äh, ja, am Freitag gibt es dann, äh, ein Together mit dem Nico und da kommt auch ein neues Spiel. Und, äh, da lass dich mal überraschen, ne. Und dann würde ich sagen, bis dann nächste, bis dann, man hört sich, ne. Tschüss.